Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe ein sehr interessantes Thema heute und dieses Thema werde ich mit euch besprechen und dann gucke ich mal, ob ich mit dem, was ich mir so die letzten zwei Tage ein bisschen an Gedanken gemacht habe, ob das Sinn macht. Denn, das unterschätzen glaube ich viele von euch, aber das Feedback, was man als Creator von der Community bekommt, das ist, ich würde sagen, 95% positiv. Leute gucken mich auf diesem Kanal seit drei Jahren, obwohl sie seit zwei Jahren kein COD mehr spielen. Leute feiern es, wenn man eine gewisse Meinung vertritt. Sie feiern eine gewisse Art an einem und es gibt natürlich auch immer so 5%, die hassen einen einfach. Das ist, als wenn man mit deren Müttern geschlafen hätte, obwohl selbst die Mütter ja nicht mal wissen, mit wem sie. Also auf jeden Fall, wenn ihr Anregungen, Feedback, Kommentare habt, ich lese die immer gerne und, und das ist bis heute so geblieben, habe ich mir vom ersten Tag an geschworen, egal wie viele das auch teilweise sind, manchmal sind es echt mehrere hundert auf dem Video, wenn das so ein bisschen viraler geht. Ich lese jeden einzelnen Kommentar durch. Das mache ich bis heute noch. Manchmal überfliege ich es ein bisschen, aber ich lese es mir trotzdem durch. Das heißt, Thema heute, eure Meinung ist gefragt. Was war das Thema heute? Stirbt Call of Duty aus? Und das ist meiner Meinung nach eine sehr berechtigte Frage. Ich werde euch sagen, was meine subjektive Meinung dazu ist, warum ich dieses Video jetzt mache und nicht zum Beispiel letztes Jahr, wo wir alle in einer COD-Depression gefangen waren. Und ich werde euch anhand eines Kanals und eines Creators, den ich über alles schätze, zeigen, warum das durchaus ein Punkt sein kann. Zuallererst letztes Jahr tatsächlich zu MW2 habe ich überlegt, ob ich dieses Video mit dieser Thematik für Multiplayer, heute Multiplayer, und dann im separaten Video, diese Woche separates Video Warzone, behandle. Weil ich finde, Multiplayer-Wars sind grundsätzlich zwei verschiedene Sachen, da sollte man das auch grundsätzlich voneinander getrennt behandeln. Habe es aber letztes Jahr aus einem einfachen Grund nicht getan. Letztes Jahr war das mit Abstand schlechteste Call of Duty, was ich in meinem ganzen Leben spielen musste. Es hat mich in eine tiefgehende COD-Depression gestürzt und es ging so weit, dass ich lieber rausgegangen bin an die frische Luft, anstatt zu zocken. Und das ist meiner Meinung nach klinisch schon kurz vor. Deswegen habe ich letztes Jahr gesagt, schwierig darüber zu sprechen, wenn ihr als Community komplett wisst, wie kacke ich das Game finde. Dieses Jahr, finde ich, passt es gut, weil MW3, finde ich, ist ein vernünftiges COD. Ich habe Spaß, wenn ich COD spiele. Movement, Gameplay-Entscheidungen, Perks, die wir haben, Aufsatzvarianten, die wir haben, Minimap, Features, all diese Sachen, worüber wir schon gesprochen haben, die letztes Jahr gefehlt haben, sind dieses Jahr drin und machen das ganze Game-Erlebnis einfach okay, gut, sehr gut, je nachdem, wie sehr ihr dieses Jahr feiert. Aber, warum habe ich trotzdem das Gefühl, dass der Multiplayer, und das ist mein ehrliches Gefühl, langsam von Jahr zu Jahr mehr Substanz verliert und mehr ausstirbt? Dazu müsst ihr eine Frage beantworten. Was ist euer Nummer 1 Ziel, wenn ein neues Call of Duty rauskommt? Wenn ihr vorher überlegt, auf was ihr Bock habt dieses Jahr, was ist das seit 3, 4, 5 Jahren für euch? Irgendwelche hohen Gunstreaks? Nukes? Trickshots? Oder wollt ihr einfach nur die Endtarnung erspielen und habt in dem Moment, wo ihr das dann erreicht habt, das Gefühl, als wenn ihr eigentlich durch wärt mit dem Jahr? Und genau das ist auch das, was ich seit 2 oder 3 Jahren extrem im Gefühl habe. Dieses, ich freue mich auf ein neues COD, als Content Creator ist es ja nochmal was anderes als als Spieler, weil zum einen spiele ich es, zum anderen ich verdiene Geld damit. Das ist natürlich cool. Und ich habe mir eine Plattform aufgebaut, auf der ich meine Meinung vertreten kann und es gibt tatsächlich 20.000 Leute, die sich diese Meinung angucken. Sie müssen nicht immer zustimmen, aber sie haben bewusst gesagt, ich abonniere, das ist eure Chance jetzt auch zu abonnieren, ich möchte sehen, was der sagt, tut, macht und sonst was. Und ich persönlich habe das Gefühl, dass ich in dem Moment, wo ich meine letzte Tarnung erreiche, in ein tiefes COD-Loch falle und am Multiplayer in der Regel kein Interesse mehr habe. Das liegt für mich zum einen daran, dass SBMM einfach dafür sorgt, dass ich nicht mal wirklich entspannt danach so ein bisschen just for fun spielen kann, weil ich komplett zusammen mit Leuten, mit denen ich zusammenspiele, die vielleicht nicht so gut sind wie ich, in Grund und Boden gestampft werde, wenn ich nicht Meta-Waffen spiele, Meta-Lotouts, Meta-Streaks und, und, und. Das heißt, dieser komplette Fun-Aspekt, der in COD lange Zeit das ganze Jahr über da war, ist gar nicht mehr existent. Man arbeitet auf seine Tarnung hinaus und dann ist der Cut und dann hat man nichts mehr. Der zweite Grund ist, dass diese Seasons, die wir bekommen, mit Season-Update und diese Events in den Seasons, ehrlich gesagt, ziemlich lahm sind. Ihr müsst überlegen, dass der gesamte Content von einer Season 60 bis 80 Tage gehen soll. Wir haben aber, selbst in einer guten Season, wie jetzt Season 1 in MW3, zwei oder drei Maps plus drei oder vier Waffen, das ist schon vergleichsweise viel und ein kleines Event, zwei oder drei Maps, drei oder vier Waffen, ein kleines Event. Wie lange braucht ihr, damit ihr eine Karte nicht mehr sehen könnt, außer das heißt Shipment? Zwei Spieltage, drei Tage, vielleicht vier, wenn ihr jeden Abend nur eine Stunde spielt? Wie lange braucht ihr, um drei Waffen hochzuleveln und vielleicht noch die Tarnung dafür zu machen? Wenn ihr viel spielt, zwei Tage, wenn ihr wenig spielt und nicht so gut seid, vielleicht eine Woche und selbst dann, bei einer Woche, was schon relativ viel ist, habt ihr einen Zeitrahmen von sieben Wochen, wo nichts Neues mehr ist, wo ihr nichts Neues mehr machen könnt, wo nichts dazu kommt, wo nichts passiert. Diese Zeitrahmen sind viel, viel zu groß für Content, der, Call of Duty ist mittlerweile ein Live-Service, in das Game kommt, dass man irgendwie da rauskommt und noch Spaß haben kann. Dazu kommt die Tatsache, dass wir, glaube ich, so geht es mir, ihr könnt gerne mir nicht übereinstimmen, dass die Entscheidung, die Call of Duty in den letzten Jahren getroffen hat, immer wieder, und die Fehler und die Probleme und die Lügen, dass das alles dazu gesorgt hat, dass ich sehr gesättigt bin einfach, als Spieler. Das ist auch ein großer Unterschied. Als Creator habe ich Spaß, COD-Videos zu machen. Spielen aktiv tue ich Tarkov. Das ist ein neuer Vibe, einer der besten Vibes, die es wohl jemals gab oder der beste. Ich mag es, Content über COD zu machen, aber mir fehlt das große Interesse, viel COD zu spielen. Und ich finde, an einem Creator sieht man das mindernde Interesse der Spieler, der Zuschauerschaft am meisten. Das ist Exclusive Ace. Und ich sage es euch, Leute, wenn man einen Creator sucht, der konstant, kreativ, unterhaltsam, fleißig und spannend anzuschauen ist, ist es Exclusive Ace. Meiner Meinung nach wird Abstand der beste Call of Duty Creator, den wir haben. Und wenn man sich seine einzelnen Videos anguckt, unabhängig davon, was das Thema ist, das ist Waffenerklärung, allgemeine Themen, sind Streaks zu schwach, sind Headshots unnötig, guckt euch mal die Aufrufe an. 20.000, 30.000 Aufrufe. Dann gibt es mal ein besseres, das ist meistens, wenn so neue Seasons kommen, das sind immer die besten Videos, die kommen. 70.000, 70.000. Noch das Beste von all dem, was ihr hier seht. Das heißt, wir sind hier weit weg davon, dass das jetzt überragende Aufrufe sind für jemanden, der 900.000 Abonnenten hat. Und das ist kein Hate oder so, sondern es ist eine Entwicklung, die man bei vielen Creatern sieht. Und dann schaut man sich einfach mal die beliebtesten Videos an und guckt sich einfach mal an, was diese Videos für Aufrufe haben. Und das ist die Warzone-Zeit am Anfang. Das ist Black Ops 4 am Anfang. Das ist hier Apex Legend-Videos vor vier Jahren. Black Ops 3-Video vor acht Jahren. Das heißt, all die Games, die er als Creator bearbeitet, hier ist dann eins vor einem Jahr, das ist auch komplett viral gegangen aus MB2. All diese Games, die er da irgendwie bearbeitet, haben die Peaks viel, viel höher als das, was er jetzt hat. Und wenn man sich die Zahlen von MB3-Videos anguckt, muss man sich mal den Vergleich zu Vengard-Zeiten angucken. Zu Vengard-Zeiten war das, was er gemacht hat mit Gun Guides und Sonstigen, noch schlechter von den Aufrufzahlen, obwohl die Qualität seines Contents genauso gut war im Vergleich. Was bedeutet, man sieht es an den Aufrufzahlen hier. Jedes Jahr mehr kommt es dazu, dass nicht nur Creator weniger Aufrufe machen, sondern dass sich Leute weniger interessieren für das, was in und um Call of Duty herum eigentlich geschieht. Und das, finde ich persönlich, ist am überraschendsten, wenn man überlegt, dass es für Call of Duty bis heute keinen ernstzunehmenden Konkurrenten gibt. X-Defiant ist ein Game, was sich dazu anschiebt, Konkurrent zu sein. Nein, wir haben den 8. Januar. Es sollte vor einem Jahr rauskommen. Es ist halt immer noch nicht da. Man weiß nicht, ob es noch kommt und wenn es kommt, wie gut es dann ist und ob es überhaupt irgendwelche Randgruppen mitnimmt oder oder. Es gibt keinen Arena-Shooter aktuell, der auch nur annähernd an das Potenzial rankommt, was Call of Duty hatte oder hat. Das ist eine andere Frage. Und trotzdem, obwohl wir, was das angeht, keine direkte Konkurrenz haben, haben immer weniger Leute von uns Lust, sich auf dieses Game einzulassen. Und das ist das, was mir persönlich ein bisschen Angst macht, weil alle warten jetzt so ein bisschen drauf auf das große neue Black Ops 5 oder Black Ops Remastered oder wie auch immer es heißen wird, was nächstes Jahr kommt von Treyarch. Aber abhängig oder unabhängig davon gibt es da nichts, was mich persönlich aktuell dazu veranlasst, zu glauben, dass das, was Call of Duty mal ausgemacht hat, wieder zurückkommen wird. Und ich glaube auch nicht, dass das noch klappen würde, nur weil man zum Beispiel ein neues Matchmaking drin hat oder so, sondern ich glaube, dass sich viele von uns in die Richtung bewegt haben, dass wir das Interesse an anderen Gamearten suchen. Extraction-Shooter, vielleicht Battle Royale, Singleplayer-Games, Car-Games, Games von Rockstar und, und, und. Heißt das, dass wir in drei Jahren kein COD mehr haben? Natürlich nicht. Die Spielerzahlen sind immer noch so hoch, dass jeder andere Spieleentwickler seine rechte Leber oder Niere dafür geben würde, es gibt nur eine Leber, seine Nieren dafür geben würde, um diese Spielerzahlen, Kaufzahlen, Verkaufszahlen und Sale-Zahlen irgendwie zu erreichen. Aber ich glaube, dass immer mehr von uns in die Richtung gehen, dass sie sich nach anderen Spielen umgucken, nach anderen Genres und auch anderen Entwicklern eine Chance geben, was vor vier, fünf oder sechs Jahren so noch nicht passiert wäre. Eigentlich war das echt ein spannendes Video und ich werde diese Woche meine Meinung mit ein paar anderen Randfakten zum Thema Warzone äußern. Ich finde, Battle Royale ist gerade auch so ein Ding, wo man sagen kann, entweder ich liebe es, dass ich jedes Jahrhundert neu Battle Royale spielen kann oder ich kann es nicht mehr hören, lasst mich in Ruhe. Lasst euren Kommentar da, lasst ein Abo da, ich bin raus.